Kathi, kannst du uns erzählen, hast du dir schon mal wehgetan irgendwann? Ja, mit Mama bin ich auch mal auf dem Fahrrad gefallen, wenn ich mit Oma und Opa wollte. Und ich bin vom Fahrrad gefallen, dass ich noch keine Stützräder hatte. Und wer hat dir dann geholfen? Mama. Und was hat Mama dann gemacht? Weiß ich nicht, ein Pflaster drauf gemacht. Gut. Und wer hilft denn sonst, wenn du krank bist? Weißt du das? Papa und Mama. Der Arzt? Ja. Kathi, nicht mit der Hand. Der Arzt? Ja, auch der Arzt. Warst du schon mal beim Arzt? Ja. Ja, und wie war es da so? Ein bisschen cool. Kühl? Ja, und cool. Nicht drauf schauen. Cool auch. Cool auch, okay. Und hast du schon mal eine Spritze gekriegt? Ja. Wie war das denn? Ähm, hat's wehgetan. Ganz... Oh, oh... Hat's wehgetan? Ja, wie ich... Da ist der egel Erwin. Ja, und wie ich... Und wie ich ein Fisch... Und wie mich ein Fisch gebissen hat, hat's wehgetan. Ja, wie mich ein Fisch gebissen hat, hat's wehgetan. Da hast du schon mal einen Rettungswagen gesehen? Ja, bei der Messe. Wo? Bei einer Messe. Und was hat der Rettungswagen gemacht? Da lag eine alte Puppe drin. Gut, dankeschön. Das hast du super gemacht. Du darfst noch mal minkern. Gut, dankeschön. Gut, dankeschön. Gut, dankeschön. Woohoo. Gut, dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020